Musik Das kannst du halt nicht live filmen, du weißt ja nie wann es reinläuft Raus, komm mal 300 Vielleicht werde ich wieder ausgespüßt Das ist auf jeden Fall immer 5 Euro oder ein 4er Das ist auf jeden Fall Das sind auch 2 Das ist auf jeden Fall 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 Nein, von dir Kies Ab und zu einfach mal eine Stufe runter stellen Ja Oh shit Wo ist er? Boah Wie gesagt 400 Wenn wir sowieso rausholen Obwohl mir die Käfer schon wieder wehtun Ich muss nur meinen Finger da lassen Ich habe nämlich schon mal eine Sonne bekommen Habe nicht schnell genug drauf gedrückt Sondern waren 250 Äh 200 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 ok ich wollte die 84 ok 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 also ich wollte ich mache das immer einmal wenn es gibt ich gehe fest davon aus dass er jetzt nichts mehr kommt wir spielen aber die ag ist oder eine verlängerung mache ich ja eigentlich nie autostart oder kein bock da fünf mal drauf zu drücken oh das war close oder vier nieten ich schreibe ich noch mal in wasser ja wissen wir das bitte jetzt geht es ab Das ist mega nice, wenn es kommt. Hier eine Kugel wäre geil. 4 Euro ist einfach zu teuer, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Das ist geil, aber ich kann es voll und ganz nachvollziehen, dass er da keine Vollbilder reinballert. Ich kann es voll und ganz nachvollziehen, aber ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Ja Leute, was geht ab, eventuell habt ihr mitbekommen, dass ich einen Instagram Account eröffnet habe. Wäre cool, wenn ihr keinen Account habt, macht euch einen, folgt mir dort, da werdet ihr auch noch geilen Stuff sehen. Wenn ihr schon ein Konto habt, folgt mir eben auch, schreibt mir eine Nachricht, bleibt auf dem Laufenden durch Gewinnspiele. Konto Infos etc. Bis zum nächsten Mal.